Lalalala, wir sind schon wieder da, mit unserer schönen Kassandra, tada. So, wie gehen wir das an, jetzt haben wir. Wie ist denn das? Episch angehen, episch. Naja, warte mal. Ja, Frau Kassandra, das Maranda, nee, so. Hier werden sie besammeln. Ja, ja, aber wir müssen die Lage checken, ist da keiner, wirklich keiner. Was ist da? Ein Schwein ist hier. Ja, kann uns nur rechts sein, ne? Ja, bist du nah, die Kassandra ist sehr richtig. Wenn du jetzt einen Einzack kriegst, oder was? Was ist denn da los, weiter mal versuchen? Irgendes, also das Scherzkiste, ne? Das war doch hier irgendwo, ne? Das ist ja noch, okay. Hoppala! Na, komm mal. Was soll das? Komm mal ran da. Das reicht mich in den Wahnsinn! Na, komm mal. Die zerreißt die. Oh yeah. Fackel im Stuhl. Aufheben. 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 Numero uno. Da sind wir fort, ne? So. Ähm. Wo war denn jetzt die Scherzkiste? Warte mal, verdammt. Ist die unterirdisch? Die schaut unterirdisch aus, ne? 24 Meter nach unten. Ah, okay. Der Pfeife, der Mauswanderer. Komm her. Und zack. Wie eine Püttung. Psch, 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 Psch. Psch, 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 Psch haben wir irgendwo ein opfer In der Nähe? Nein. So. Ne, das macht nichts. Na komm her, du wirst das finden. Sehr gut, Christian. Ich bin stolz auf dich. Hoppala. Sie sind jetzt besuchen gleich. Was ist denn los? Wo läuft denn der jetzt hin? Hä? Ein Leuchtfeuer oder so? Hier irgendwo? Mega. So. Der Räuber 14-Klotz ist auch da. Na so, gut. Wie viele sind denn immer? Eins, zwei, drei. Cassandra legt ein Ei. Hm. Attacke. So. Mann, wieso funktioniert das nicht mehr? Sorry. Komm schon. Der Busch brennt. Hoppala. Cassandra brennt auch ein bisschen vor Leidenschaft. Komm mal ran da. Was? Was ist denn noch? Komm mal ran da. Was ist denn noch? Was ist denn los mit dir, Alter? Da müssen wir irgendwie... Was ist denn los mit dir, Alter? Da müssen wir irgendwie... Wenn wir nicht haben, viel Schiff, ne? Hoppala. Oh, was geht's los? Das erschnickt. Ja. 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 Hoppala. Ja. Ich würde vergessen, ne? Mehr hast du nicht drauf? Headshot, Headshot, Headshot. So. Was sind denn für Viecher? Warte mal. Was ist denn mit dir da drüben? Nein. Egal. Wie ist denn da für Kanzel drin? Terraschest Kanzel, ist da drin, ne? Da, wir kommen jetzt da runter rein, ne? Warte mal. So. Ah, hier... Hier da ist es verdächtig. Ah. Das ist der, derreuhros Kapftenis. Cash und Detach. aber schön versteckt Kassandra-Line tut immer alles schön plündern wie steckt sich alles in die Tasche so 1000 Daumen kriegt man XP Kling 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 Da oben wisst du was finden so nicht auf die Wäscheleine ok da oben ist auch was da nochmal Kling 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 da unten so und das wars super ok haben wir das aus einem der Partner oder sie dürfen irgendwie die Questmusik oder 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 ich sehe Spier verbessern mhm hm welte Welt kom na h so ok okay Okay. So, das brauchen wir noch. So. Jira. Ja, wir werden den Eber freilassen. Hui. Kaboom. Hä? Übrigens die Kassandra. Sie fliegt den durch. Hä? So. Der ist nicht durchgeflogen. Das war voll beschissen jetzt. So. Ähm. Wir laufen hier rüber. So. Wir rufen uns ein Pferdchen. Reit dir nicht verfügbar. Sehr gut, ne? Schauen wir mal, was es da gibt. Los! Wir mischen auf die griechische Welt. Tadadada. Viel K... Kohle und Cash in der Tasche. Die Kassandra hat 60 Wäsch. So. Mhm. Eisenbrocken, Stöckchen. Ja. Was ist denn da? Was ist denn da jetzt los? Was ist denn da jetzt los? Hä? Was ist denn da los? Nein, was ist denn? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Da ist da los? Wir setzen bald Segel. Wenn du mit willst, sei pünktlich. Was ist das? Nachricht? Ah! Okay. Äh. Ja! Wir gehen weiter. Tadadadada. Tadadadada. Icarus! Fliegt immer drüber. Checkt mal die Lage für uns. Da ist was drinnen in der Höhle. Wischen wir jetzt auf, Kassandra. Nummer unten. Ui, was ist das? Schau mal nach. So, geht mal schlafen, mal runter, ne? Ja. Bärpisschen! Shhh! Okay. Okay. Da dringend ist noch ein Kind. Ja. Mera? Na dann haben wir es einfach, ne? Warte mal. Ja, super. Guck mal. Und die Fackeln im Sturm. Alter, was ist mit dir? Komm mir da. Komm mir da. Komm mir da. Wiii. Hm. Stirb! Hier und jetzt wirst du sterben. Hm, glaub ich nicht. So. Den Typen könnten wir anheuern, ne? Probieren. Guck mal mal. So. Patsch. Nächste Kandidat. Weg, oder? Du bist Turnt. Wie ist hier? So. Weg, oder? Direkt keiner. So. Wir suchen überall. Kommt schon. So. Davon. So. Ja, gut. Wiii. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Nö. Ach, nö. So. Geht wieder rein. Oder nicht? Ach, nö. Da bist du. Warte nur. Ist das alles, was du kannst? Ja. Ich hab sie. Nein. Hinten rein. Krötengebein. Nein, 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 nein. Da komm ich nicht mit. Das ist der neueste Hit. Oh. Ich hab sie. Hm. Irgendwann muss sie rauskommen. Mhm. Und da. Kieszettel haben wir, oder? Dann haben wir unseren Kollegen hier noch, ne? Oh. Zack. Fack. Nein. Du verschwindest meine Zeit. Und du meine. Ich finde sie. Na, komm her. Na, 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 na. Was raschelt denn da? Komm. Komm. Ein Kamerander. Ach, nö. Wird so weit. Ach, scheiße. Ah. Komm rein da, ne? Mhm. Wir gehen inzwischen plündern, ne? Na, ruck. Dankeschön. Ausrüstung. Sie haben ja nicht da. Also Ausrüstung besser ist, dass der Ausgerüstete hier. Ich seh' nichts. Kassan-Tattoo. Ich hab' dich auch, lieb. Ich glaub, den muss ich mir noch ein bisschen bearbeiten, ne? So. Burning Man. So. So, das ist genug Sand. Sand, ja. Reiste zum. So, jetzt ist er Unsauer, glaub' ich. Scheiße, scheiße, scheiße. Na. Okay. Glättet'n er jetzt hin. Aber Kopfgeld haben wir gerade eins, ne? Ne. Gut. Okay. Jetzt kommt, glaub' ich, wahrscheinlich hier hin. Ist mir da ein Problem für uns. Das ist ein Problem für uns. Hm. Okay. Wollen wir mal, was ist die Position ernimmt. Okay. Wer war das? Na komm, ran da. Was? Aber wie? Aber wie? Oder was? So, cash in den Tisch. Nimm dein Schicksal in die Hand und segle mit mir auf meinem Schiff. Pick my hand. So. Okay. Na komm, na. Na, geh bitte schlafen, hm? So. Okay. Haben wir das Lager jetzt auseinanderknommen, ne? Wir haben das gesehen, aber okay. Gold des Vaters. Ja. Machen wir den Request noch? So. Aber ruck. Fiatal. No, ho, ho, ho. Mau, 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 mau. Oh. Oh. Dun, 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 dun. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Hoppala. Barely. Barely. Kom schon. Au. Au. So. Na, komm schon. Barely. Ella. Du bist abgeschlossen, hä? Ich hab gar nichts gemacht jetzt. Hä? Was ist mir da los? Hä? Blablabla. Warte mal. Mikro ist nicht verfügbar. Ach du Scheiße. Komplala. Ihr Bärli. Was ist denn das? Und so passiert. Was ist das mit dir? No. Warte mal. Ich hab's mit Feuer. Warte mal. Das ist ja brennen schon. Ich brenne jetzt ja selber. Das ist ja ganz dorn, hä? Ich hab's mit Feuer. So. Ja. Hoppala. Und. Durchsuchen. Okay. Okay. ist mit dir. Danke. So. Haben wir da noch was? Haben wir nix? Brauchen wir nix. Okay. Wenn wir nix haben, dann haben wir nix. Okay. Unentdeckt oder was? Ja. So. So. Die Saubande mischen wir auch auf. Da drüben. Weil wir es können, ne? Na 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 na. So. Kassandra in der Haus. Uh, der Wolfi ist ja da. Der Wolfi. Wolfi, Wolfi, wir lieben dich. Wolfi. Au. Aua. Kassandra, pass auf. Wilder Bär. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Na, du musst nicht vorsichtig sein. Warte mal. Schauen wir mal. Ein wilder Bär. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Ich seh' ich nix. Warte mal. Ah, okay. Das ist ein wilder Bär. Ja, was ist mit den Bären? Kannst du den Bären aufbinden oder so? Schauen wir mal. Okay. Einmal kreisen. Der Mac Dyson, so. Aha. Das ist eine Kiste für mich. Ein Alpha müssen wir erledigen. Der ist jetzt da, ne? Wunderbar. So. Und? Ah, so. Keine Pfeile mehr. Schade. Wo läuft der hin? Na, keine Pfeile mehr. Schade. Inventare. So. Gut bewahre. So. Was haben wir da? Da haben wir nix. Ein 20er Bogen haben wir da. A give me here. No. So. 17er Sachen haben wir da. Okay. Okay. 17, 20er. 17, 18. Okay. 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 So. Haben wir das auch. Ein Beutelchen. So was. Artefakte. Fragmente. Ne. Geh weg. Wo ist denn der Alpha hin? Das ist mit dir da unten. Schau mal. Ah, warte mal. Okay. So. Jetzt passt's. Ja. Jetzt kommt der nächste Bär aus, ey. Ach, ne. Wie sind sie überhaupt für die Bärenflüsterinnen oder so? Hoppa. Na. Na. So. Kopfschusskill. So. Die findet uns nix. Okay. Die müssen wir uns ausschleichen, ne. So. Gleich. Baut ja. Verräum. Hm. Blödscht du jetzt meinen Bären? So. Mal. So gern. Wie viel bist du stehen? Was? Mit den decadeern. Hm. Das mach ich gern. es ist zeit zu stehen bist du mal unten bist ne kassandra das ist ja raum so durchsuchen tot bestätigen wie es mir die umbringen über die rekordieren eigentlich das ist ja scheiße ein übel weniger neugravur neun helme auch kriegt die höhle rein die bett kein bett kräft okay ist leisten können uns leisten bling einmal bling bitte bling bling und dann schauen wir uns in den da haben wir einen neuen helden bekommen nämlich einen legendären das andere bübe sind ja unglaublich schön wir haben fast alles schon so 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 beutelchen haben wir da jetzt haben wir schon vier fragmente können wir jetzt den kultisten wieder freischalten oder so die sind zu zukommen ok level 50 ja lecker mio wir sollen das schaffen das ist ja level 50 hm so was sind das da für zauberwürfel okay jetzt ist er weg hier ist eine k ogóle der gleicher was machen wir jetzt so wie würd sagen wir müssen da lang ne so marschieren wir durch und dann bam 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 und dann kommen wir zurück und dann wieder so und bam 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 okay die sind wir das da so Bam, bam, bam und dann haben wir es geschafft, glaube ich, das Ganze da, ne? Ja. Und dann geht's da, läuft weiter. 20er, oh Gott. Wo wir überall hingucken schon, ne? So. So, so. Hui. Warte mal, Reflex B, haben wir jetzt schon? Okay. Dauert noch ein bisschen. Das dauert ein bisschen noch. Geduld, Meister, Geduld. Geduld. Und dann mal so. Und in Ordensee. Aus den Schatten, in den Schatten, rein in den Schatten. Ich komme in Athen, okay. Das machen wir nicht mehr. Ein bisschen, so. Auge des Kosmos. Hm. Das Auge des Kosmos, ne? So, so. Na? Da ist stark finster jetzt, ne? Da machen wir ein bisschen Lampartl an, ne? So, warte mal. Oder was? Da haben wir schon geblündelt, glaube ich, ne? So, helft mir doch, bitte! Ja, servus. Bei den Göttern, ich danke dir vielmals. So, up and go, ne? Danke. Null Probleme, ja. Ja, dann hau ab einmal. Weiß ja noch, was tust du denn da? So. Da haben wir nix, ne? So. Ui. Da haben wir wieder was mitgenommen, ne? Hm, 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 hm. Lamia. 207 EP. Dankeschön. Ein Stück. The Forest. Oh, hier. So, wunderbar. Das sind immer so nette Sachen. Hm, hm, hm. Yo. Yo. Müssen wir den angreifen, oder so? Woi. Ah, Gott. Hopp, 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 hopp. Das ist schon ein bisschen viel übertrieben, ne? So. Ja, so gefällt mir das. Warte mal. So. Ikka, oh. Ja, leko mio. Wie viel sind denn das hier? Das muss ja auseinandernehmen und das Dorf. Das hilft demnächst, ne? Ne? Oh, Gott. So. So. Da oben ist auch was. Da müssen wir hin, ne? Da war wer. Hm, no. Der hat nichts. Okay. Ja. Dann würde ich mal sagen, ne? Das andere legt in die nächsten Folge. Wieder krass. Ging's, ne? Mega geil. Durchfahren. Mit dem Besen da. Durchs Campen. Okay. Das war scheiße. Okay. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.